moin herzlich willkommen hier auf dem montag 10 uhr der klas steckt schon wieder im verkehr fest der puma hat seinen wartepunkt erreicht ja das ist alles gut das ist alles easy ja wir kümmern uns das kann ich vielleicht auch besser jetzt eben machen weil der hier ist ja nicht so zeitkritisch der muss ja keine arbeit verrichten aber der klas der steckt im verkehr fest selten dämlich 45 die reihen lichten sich naja ich in die übersicht guck ist immer noch viel aber gut sind aber auch viele fahrzeuge daran beteiligt die dadurch die gegend fahren super so ich fahre mal den anderen drescher hier weiter der steht hier unten das kann weg die anderen beiden meldungen die sind okay da haben wir keinen ärger mit habt ihr gestern unsere erste match folge geguckt experience gegen friesenjung wie fandet ihr die so glaube ich wird glaube ich recht lustig wir haben ja schon einige folgen aufgezeichnet damit wir eben regelmäßig veröffentlichen können die nächste kommt morgen 16 uhr und dann donnerstag 16 uhr und dass ihr euch hier immer so gegenseitig in die grütze fahrt ja der motor aus weiter geht's richtung fällt weiter geht's weiter geht's Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich nehme jetzt schon mal einen Teilkurs auf, für da unten. Da beginne ich jetzt die Kursaufzeichnung. Im Endeffekt will ich mal eben was ausprobieren. Ich möchte einfach gerne schöne gerade Kurse haben. Deshalb stoppe ich jetzt gerade mal hier die Aufnahme, also pausiere die Aufnahme. Zwischenpunkte hinzufügen. Ne, da ist ja noch nicht Schluss. Ich fahre dann hier weiter. Jetzt die Kurve muss ich natürlich vernünftig aufnehmen. Aber die langen geraden Strecken kann man dann so ein bisschen verbessern. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich die Zwischenpunkte hätte hinzufügen müssen. Das wäre wahrscheinlich auch so gegangen. Alles mit dem Überladewagen da oben. Solange die nicht sich irgendwie gegenseitig im Weg stehen. Oh, die Mailfabrik ist auch voll. Hier. Auch krass. Ich höre TGS hat durchdrehende Reifen. Muss ich gleich gucken. Erstmal muss ich hier die Strecke zum Hofsilo einfahren. Nur hoffentlich komme ich da überhaupt voll beladen hoch. Mit der Karre. Moż. nde. Wie? Wo? Und wo? Frau? Frau? Fah? Kau? oh gott jetzt stecken sie alle im verkehr fest da muss ich gleich mal gucken hier speicher ich erstmal den nenne ich temp hofsilo kleine insel so jetzt muss ich erstmal gucken was denn hier geht also es ist immer noch nicht gut das fahrverhalten warum stecken die im verkehr fest einsteigen so den kurs hat er den können wir dann löschen heute ist wieder ganz schlimm mit durchdrehenden reifen so das ist auch ein temporärer kurs temp kleine insel f 41 43 den kurs kann auch erstmal löschen und das fahrzeug können wir auch aus dem weg stellen ach so ja gut okay der darf durchdrehende reifen haben das ist alles entspannt der fährt ab voll abgefahren krass habe ich gar nicht mit gerechnet dass die zeit schon um ist ja liebe leute ihr wisst bescheid ein kommentar like abo unterstützt ihr mich ja schaut morgen wieder rein morgen ganz normal 10 uhr let's play und morgen 16 uhr match gegen experience in diesem sinne sag ich ja mal tschüss tschüss